Das war, glaub ich, mehr Machtfood, oder? Ja. Dann lassen wir das so. Proxy? Master? Ich dachte, sie wären tot! Oh, das ist keine lange Geschichte. Captain Eclipse und Senator Organa fanden nicht auf. Juno, wo ist Juno? Ich weiß nicht. Die Imperialen haben sie in Richtung Deck 7 gebracht. Zur Startrampe. Befehl zum Angriff, General! Master! Seien Sie vorsichtig. Wie ist die Lage, General? Ein Kopfgeldjäger bringt Juno zum Hangar. Wir haben den Kontakt zu der Sektion des Schiffes verloren. Seinbar wird dieser Kopfgeldjäger von die Eliteeinheiten des Imperiums begleitet. Ich musste es einfach kaputt machen. Das geht gar nicht anders. Sieht schon ganz cool aus mit den Spiegelungen auf dem Boden die ganze Zeit. Wir sind nicht so. Ich habe einen Spiegelungen auf den Unter Researchers. Das ist nicht so. Wenn das Ding weg! Wenn du malen Leben. Na, wo sind sie denn jetzt? Wow! Ja, wo sind sie denn? 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 Ich glaube, ich muss sie denn? Ja, wo sind sie denn? Ja, wo ist 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 sie denn? Komm doch her, ich will dich greifen, ne? Ich muss sie auch greifen, glaube ich. Greif ihn! Geht doch, ey. Stirb du Stück Scheiße! Okay, wo müssen wir jetzt lang? Von da kommen wir doch, oder? Von da kommen wir ja. Ist denn das Teil, was wir da einsetzen müssen? Das muss ja irgendwo sein. Ah, da ist es doch. Aber die unsichtbaren Viecher sind schon... Ich scheiße. Ey! Stirb, Junge! Ah! 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 Habe ich dich doch gehört, hab ich dich gehört? Okay, hier ist eine verschlossene Tür, wo wir so ein Einsatzteil brauchen wieder, was hier liegt. Shit, da hinten gab es dann bestimmt irgendwas zum einsammeln, naja gut. Brüll doch nicht so, du erschreckst mich mehr als die anderen von denen. Da ist dann etwas. Das Großes. Da draußen ist ein grüner Kristall. Hä? Wie soll man den denn erreichen? Das sind gar nicht possibles. Oh. Was bist du für einer? Wieder nur einer mit einem Schild? Kommt ruhig her, kommt ruhig her. Na, jetzt brüllt ja irgendwie gar nichts. Ein Blitz. Was könnte das verursacht haben? Wir wollen irgendwas sehr sehr großes, was wir wahrscheinlich noch bekämpfen werden müssen. Sprungpassagen des Todes. Was wäre der erste Sprung wirklich im Tod geendet? Warum liegen hier so viele Teile davon rum? Wollte ich mal alle rüber bringen? Vielleicht ist da ja wirklich... Vielleicht ist da nicht nur eine Tür. Okay. 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 Das war's. Gib mal. Ich bin wohnt bei dir. Ich bin wohnt bei dir. Ich bin wohnt bei dir. Oder wenn wir weitergehen, dass da drüben nur irgendwas ist, aber eh nicht. Alles klar, wir haben es geschafft.